ja moin zusammen herzlich willkommen zur demo von grund wahrscheinlich wie man sehen kann das spiel da läuft gerade eine kickstarter kampagne und ich dachte mir hey das ist doch eine super sache dann kann man sich das die demo dazu gleich angucken ich mag das immer sehr wenn es demos auf steam gibt während eine kickstarter kampagne läuft alle infos dazu gibt es natürlich unten in der infobox und ich würde sagen es gibt keine deutsche übersetzung aber wir starten einfach mal los geht's okay wir sind im zug eingeschlafen und irgendwo im nirgendwo gestrandet mir ist so was noch nie passiert euch stelle mir das wirklich sehr beklemmend irgendwie vor man sieht es ist ein point and click wir können uns ja einfach so durchklicken ich lasse das tutorial mal mitlaufen warum nicht naja wenigstens ist hier irgendjemand die bäume sehen ein bisschen komisch aus hat noch jemand bei diesen bäumen so ein savannkönig der löwen feeling eigentlich so mit rechtsklick konnten wir hier gleich interagieren die meisten sachen mit dem man interagieren kann sind irgendwie mit so einem kleinen kreis ticket master das ist eine sehr seltsame beschreibung guten abend ich fürchte ich habe den zug im zug irgendwie geschlafen und wo bin ich jetzt überhaupt oder ist mein sonne bit weird also wir können erklären was sache ist nur wir sind eingenickt beitern okay nichts hat sich verändert okay das klingt überhaupt nicht komisch okay ist das ist ein kleiner witz in dem namen wann kommt denn der nächste zug richtung statt wie viel zeit habe ich dafür noch oder ich war noch nicht hier ich fürchte my visit will have to be short ach so genau ich fürchte mein aufenthalt wird sich kurz gestalten by town ja oh das ist ja auch überhaupt nicht dubios und bedenklich okay ist das nicht ein bisschen komisch du weißt nicht wann der nächste zug kommt oder was drehst du mir denn das hat er eigentlich gerade gesagt es ist nicht ein bisschen komisch wenn da kein zug auf dem wenn es keinen zugfahrplan gibt sind wir aus versehen mit dem zug ins nirvana gefahren okay wir sollen keine abkürzungen nehmen das ist ja sehr vertrauenserweckend das ist schön aus irgendwie das ganze spiel ist sehr dunkel und sehr mysteriös irgendwie gehalten ich mag das aber sehr gerne eine sehr coole optik das ist eine sehr gute frage hier ist irgendwas was ist das wieso wieso blinkt ich versuche recht zu klicken weiter geht's kann ich da nicht ich würde jetzt eigentlich querfeldein darüber laufen aber ich glaube wir sollen ja auf dem weg bleiben oh das ist das gebäude okay wir haben eine bar gefunden und oder seht ihr diese dicken nebelschwaden hier was ist das guten abend nein es sieht aus wie eine bar nein es gibt keinen grund unhöflich zu sein ich kann sehr gut sehen wo ich hier bin oder es sieht mehr wie du siehst mehr wie ein balletttänzer für mich okay hier kein kein grund unhöflich zu werden alter beruhig dich mal ich bin gerade erst angekommen da wäre ich schon angeschnauzt dass ich mich hinsetzen soll äh was ist das hier für ein ort wie weit ist die stadt von hier ich habe keine ahnung wo ich hingehen soll was sind meine optionen teste mich mal durch ähm von ein paar ort balls also ein paar komischen leuten okay bis auf ein paar dubiose geschichten ist es eine ganz normale kleinstadt das werden wir ja sehen wie weit ist denn die stadt entfernt das ist irgendwie schwer zu glauben das kann ja was werden ich weiß nicht wo ich hingehen soll irgendwelche ratschläge natürlich habe ich überhaupt geld bei mir du bist du stehst ja in einer bar willst du mir kein drink verkauft warum warum zurückgehen und den typen der nicht mal weiß war der nächste zukunft fragen oh da war der text ein bisschen anders als das was eingesprochen wurde was ist das hier ja 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 hier blinkt's doch können wir da noch nicht okay hier komme ich nicht weiter ich muss tatsächlich zurück ich sehe das leuchten aber wir können noch nicht überall ran und du never know which is better a polite man who never says anything to you or a rude one who tells you right off okay eigentlich das letztere mittlerer maus button für pausenmenü okay jo jo gut ich glaube dass da wird das innen sein also der der gasthof herberge ich bin gespannt ob der da jetzt wirklich noch sitzt tatsache ja der typ an der bar hat mir irgendwie geraten dass ich noch mal herkommen soll und ich brauchte bräuchte meine weg beschreibung es klingt ein bisschen kryptisch na gut dann gehen wir mal ohne umwege und gehen vorne bei den hier so nach links der war bestimmt vorher gar nicht da vielleicht träumen wir ja auch die ganze zeit nur oh hallo äh geht's geht's dir gut ich glaube nicht äh entschuldigung du siehst nur nicht so gut aus also im sinne von irgendwas stimmt nicht nicht wirklich ich war noch nie hier nein ich gehe hier nur vorbei ignoriere mich einfach entschuldigung ich habe zu schnell geklickt ich habe mir gefragt ob er mitkommen will ich kann dich hier nicht so stehen lassen oder was ist passiert etwas ist immer irgendwo an irgendeinem punkt wichtig na gut es sieht aber nicht so aus als würde es dich nicht interessieren ne das kann ich jetzt aber ehrlich gesagt so nicht stehen lassen wenn wir uns zufällig wieder treffen können wir ein drink zusammen nehmen das ist natürlich interessant so äh ok Koffer können wir nicht mitnehmen boah wie groß ist das denn Entschuldigung ich habe nochmal drauf geklickt das Tor ist das hier das Tor ich gehe mal erstmal weiter durch es wirkt alles sehr traumhaft beziehungsweise albtraumhaft vielleicht eher hallo ich habe mich ein bisschen nah hier herangesetzt ähm still zugucken während das Kind da rumspielt oder weiter gehen zu gucken Entschuldigung äh das ist nie gut wenn einen irgendjemanden fragt ob man ihn hören kann ähm ja ja ich kann dich hören wie geht's dir denn der Akzent ist ja süß äh ich bin mit dem äh Zug hergekommen das heißt äh von der Liste es gab ein Feuer und danach hat keiner mehr mit ihm geredet wir wissen glaube ich alle was das heißt ähm how on earth did you survive all this time hat er nicht okay äh seltsame Leute die Müll sammeln okay die Leute sind wahrscheinlich auch schon tot aufgemalte Augen bäh mh okay vielleicht sind nur die Lebenden auf der Liste ich finde die Stimme so süß ah so niedlich ähm tja das ist ja eine ganz schöne Geschichte äh ich seh die später ähm willst du mir nicht Gesellschaft leisten? glücklich Sir ich finde dich später okay jetzt muss ich jemanden treffen er ist klein und allein und er ist mein einzig Freund er mag sich um die Träte und ich habe ihn noch nie gesehen okay vielleicht ein Tier ein Hund ein Vogel tschüss Kind ist ja gerade durch den Zaun durchgelaufen was ist das? okay okay da geht es in irgendein großes Kornfeld oder ich gucke mich hier erstmal weiter um oh was ist das da hinten? oh was ist das? das ist schon Absicht das ist schon Absicht dass das da ist ne nice boat no use without the oars though okay nice boat ja no use without the oars though okay wir kommen hier ans Seeufer da liegt ein Boot im Schilf was wir gar nicht benutzen können hm der Junge meinte ja glaube ich dass er da ist schon wieder was der Junge meinte ja glaube ich äh the tracks ne also zur zur Bahnschiene zurück was ist was? a beautiful semi-transparent woman's face appears in the air oh like there wasn't enough strangeness already okay are you not talking to me again? oh come on don't be such a baby I am right here and just for you bitte was? b wie? ähm wer sind sie denn? does he know me? yes you silly do good for my liking I guess oh what is this game you're playing? ähm ma'am was machen sie da in der Luft? I am five years younger than you so don't you dare to ma'am me you don't speak like that to other close friends don't you? okay wir können versuchen sie zu ignorieren ich würde aber gerne mehr wissen talk to me that could happen okay jetzt können wir nichts mehr sagen oh no you do not hey baby do not walk away from me like that wer zum geier war das? es klang ja so als würden wir sie eigentlich doch kennen und nur wir könnten uns äh ich erinnere was war das? das ist das Establishment okay das Etablissement naja das weiß ich noch nicht so genau wir fragen mal den Barkeeper der ein bisschen ähnlich aussieht wie der andere Tom 2 schön haben wir uns schon mal getroffen? ich würde das schon gerne wissen okay also wie geht's denn hier oben? ähm habt ihr hier einen einen Raum ein Zimmer äh irgendwas zu verkaufen ein Drink ähm ich hab so ein bisschen das Gefühl dass wir das irgendwem besorgen äh müssen also ne dass wir das Getränk für irgendwen anders holen müssen deswegen lass ich's mal kurz wer bist du denn? ein Ei heißt der okay äh ja ich hab schon besseres gesehen no das ist schon ein guter Ausfluss so ich hab mich irgendwie verlaufen ich suche nach nem Zimmer das sind ziemliche seltsame Leute die ihr hier habt ich bin im Zug eingeschlafen wir können uns ja mal durchfragen ja ich glaub schon verdammt okay aber warum denn ich warum bist du dir so sicher? hey not saying I know it all the night is long but one thing is for certain this establishment apart from Tom's little business there is closed shut unavailable I have a room there myself no way to get in the proprietor is away see with all the keys okay es gibt keinen Schlüssel äh ich bin im Zug eingeschlafen das finde ich nicht sehr beruhigend muss ich sagen äh irgendwelche Ideen was ich jetzt machen sollte oder was ich jetzt machen könnte ja auf dieser komischen Farm die wir da gesehen haben dann werde ich mal es ist eine äh hilfreiche Seele hier so da ist Licht das heißt aber hier ist wahrscheinlich die Tür einfach zu ne ja na gut dann gehen wir mal zurück uch was mach ich denn hier so ähm das Loch im Zaun da hat er ja gesagt das ist nicht genug für einen erwachsenen Mann um sich da durch zu quetschen aber vielleicht ja für ein Kind wer weiß wer weiß wer weiß und ich kann mir schon fast vorstellen dass wir dem Kind irgendwie vielleicht erst helfen müssen bevor es uns in den Gefallen tut ähm wo sind wir hier Greg's Girl okay das ist vielleicht unsere Liebste ähm es ging mir in letzter Zeit nicht so gut nein geh nicht weg ist das eine Halluzination von uns hello all that has been ähm okay wollen wir uns ehrlich entschuldigen oder wollen wir kaltherzig sein und uns nur oberflächlich wir versuchen es mal ehrlich er sagt es tut dir auch leid was im Teufel ist hier los mit dem ganzen Selbstmitleid ich habe mich geändert oder ich habe ich habe mich selber nie bemitleidet wahrscheinlich haben wir uns geändert ich ahne so ein bisschen was da passiert ist vielleicht er ist es nicht was he is not was soll das heißen was hat sie da auf dem Arm ich kann das nicht so ganz erkennen das sieht irgendwie aus wie eine Decke ist da ein kleines Kind drin oder oh Gott es wirkt so ein bisschen als hätte sie sich umgebracht weil unsere Beziehung nicht funktioniert hätte ähm ich auch oder ähm ist es nicht ist es nicht eine Sache zu der du dich entschließt oder nicht ne so von wegen ich habe versucht ist es nicht etwas wozu man sich entschließt oder nicht die Antwort ist mir ein bisschen zu harsch muss ich sagen die ist ganz schön fies oh je sie ist weg okay wir haben es offensichtlich selber auch versucht aber es hat nicht funktioniert ist okay ich denke wir wir machen beide weiter oder ich auch vielleicht vielleicht könnten wir bald mal wieder sprechen ich möchte natürlich sprechen um herauszufinden was eigentlich passiert ist und da ist ein Zug Waggon was w-was wieso sitze ich jetzt schon wieder im fahrenden Zug ich wollte doch das Kind und die Farm und der Zaun ähm warum was nicht w-über was redest du da wer bist du weis ich nicht weiß ich nicht so genau ob das so nice wäre ähm wo wer bist du die okay es tut mir leid wenn es ein bisschen laut hier ist das gerucke ähm noch irgendwelche anderen kräfte Okay. Wahrscheinlich sind wir, dachten wir, wir sind in den normalen Zug gestiegen und dann sind wir in irgend so ein Albtraum, Warnvorstellung, was auch immer gestiegen. Es hat sich irgendwie komisch angefühlt. Was ist das hier alles? Und woher weißt du, dass ich diesen Zug jeden Tag nehme? Und was meinst du damit, dass ich mich selbst treffen soll? Ziemlich kryptisch. Ein Mangel an Informationen sorgt normalerweise nicht dafür, dass jemand einer Sache zustimmt. Okay, was ist das für ein Abenteuer? Wenn es nicht um ein Abenteuer geht, klingt das eher so, als würdest du mich heiraten wollen oder mir Drogen verkaufen. Let's just wait for this dream to irgendwas. Also lass uns darauf warten, dass der Traum anfängt, endet, was auch immer. Gut, wir sind aber wieder da, wo ich eigentlich hin wollte. Das ist alles sehr merkwürdig. Wohl gemacht, aber merkwürdig. Ich gehe mal nach dem Kind suchen. Ich gehe mal zurück Richtung Bahnschienen. Der Kleine meinte ja, dass da irgendwas bei den Schienen ist. Mit Ticketmaster können wir wahrscheinlich nicht mehr viel reden. Ah, hallo. So, hast du deinen Freund gefunden? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Oh, ich sehe meinen Mauszeiger plötzlich. Vielleicht habe ich aus Versehen rausgeklickt. So, hast du deinen Freund gefunden? Das hört sich sehr falsch an. Zufällig eine Katze? Oh. Oh. Moment, wenn die Katze den toten Jungen sehen kann, sind wir dann auch tot? Ähm. Ja, ne? Katze, Milch, äh, macht Sinn. Das kommt davon, wenn man schon tot ist. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Äh. Für mich? Ähm, ich weiß nicht. Doch, komm, ich muss jemanden durch den Zaun checken. Ich überlege, ob ich mal grad wieder reintablen muss. Was ist das? Sekunde. Ich mach das mal ganz schnell. Nö. Das ist ein spooktes Ort. Ich weiß nicht. Nein. Gut, wir müssen ihm bestimmt erst helfen, haben wir uns ja schon gedacht. Äh, also sei vorsichtig da, ne? Ja, auch wieder. Ähm, es ist ziemlich hoch. Besser nichts riskieren. Das da drüben ist ein sehr großes Weizenfeld. Äh, irgendeine Idee, wie man da sicher runtergehen kann. Oh. Oh. Ein Seil? Das wäre natürlich eine Idee. Ich denke, da ist ein altes Hex in dem alten Haus. Ich denke, mein Freund ist von da. Ich mag es nicht. Da scheint eine alte Hexe in dem Haus im Weizenfeld zu wohnen. Und der Freund, also die Katze, ist von da drüben. Äh, irgendwelche Ideen, wie man da sicher runterkommen kann? Mhm. Mhm. Okay, wir müssen das Seil suchen. Gut. Oh, und da ist der Mausfall wieder. Hatte ich das vorhin übersehen? War das schon die ganze Zeit? So, ein Seil. Ich würde sagen, wir holen erstmal die Milch. Ticketmaster. Wir holen erstmal die Milch. Ich meine, das erste Getränk geht ja aufs Haus bei denen. Und dann schicken wir den Jungen durch den Zaun. Und dann müssen wir irgendwie noch das Seil suchen. Ach, warte Sekunde. Äh, das da hinten war ja das andere. Jetzt nicht verlaufen. Hier lang. Ich habe so ein bisschen, ich bin gerade am überlegen. Ähm, ihn könnte man ja vielleicht auch dazu überreden, mit einem, ne, was zu trinken. Ich frage mich nur die ganze Zeit, ob man sich hier so ein bisschen entscheiden muss, wem man helfen will. Ne, also wenn ich jetzt bei dem Barmann die Milch haben möchte für die Katze, ob ich dann quasi die Option ausschließe, dass ich mit dem Typen da drüben ein paar Whisky kippe. Hm, bin mir da nicht so ganz sicher. Ja. So. Äh. Ich hoffe, das war hier. Warte mal. Was ist das da? Da. Irgendwas. Ich habe doch genau gesehen, dass es da oben im Baum geleuchtet hat. Komm schon, Spiel. War ich das mit dem Reinzoomen selber? Ne, ne? Hm, ich habe es ganz genau gesehen, aber ich kann da gerade nicht wirklich ranklicken. Muss ich gleich mal auf den Rückweg gucken. So. Dieser komische Zylinder, dieses zylinderförmige Ding da hinten. Das sieht seltsam aus. Für das Boot müssen wir noch Paddel suchen. Da habe ich auch noch keine Ahnung, wie wir da rankommen sollen. Ich bin gespannt, ob unsere Freundin hier wieder ist. Ne, diesmal nicht. Hat er vielleicht die Sprache verschlagen oder so. Oh Gott. Also. Ich habe mich letztes Mal schon total erschrocken. Was im Teufel ist das? Oh Gott. Das da, da ist irgendein Geist oder so. Vielleicht ist das ihr Geist. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ziemlich gruselig. So. Hallo Tom 2. Ähm. Ich kann dir ein Bier. Ein bisschen Whisky. Ein bisschen Milch. Ja. Dann hätte ich ganz gerne ein bisschen Milch. Ich kann dir ein Bier bekommen. Ich kann dir ein Bier bekommen. Ich kann dir ein Bier bekommen. Gut, Milch. Es tut mir leid, dass wir gerade so lange Laufwege haben. Aber das ist natürlich, ne? Point and Click halt. Ich kann ja gleich mal versuchen, ob wir den Doppelklick, äh, das schöne Doppelklick Feature haben. Ich glaube aber nicht. Da muss ich das nicht haben. Es ist auch immer nur auf dem Hinweg, ne? Wenn wir da ankommen. Vorhin ist es auch nur einmal gewesen. Ne, ich kann leider nicht laufen mit Doppelklick. So. Na gut. Ich frage mich immer noch, was unsere Freundin, Frau, wie auch immer, da auf dem Arm gehabt hat. Man könnte das, hätte das für so eine kleine Decke mit einem Kindchen drin halten können oder halt irgendwas ganz anderes. Ich hatte ja auch erst gedacht, ob das irgendwie, weiß ich nicht, so ein Flugdrache oder, ich weiß nicht, irgendwie sah es komisch aus. Da hinten sehe ich immer noch diesen Zylinder, glaube ich. nicht. So, das Tor war ja zu, da können wir ihm nichts machen. Das muss uns der Junge aufmachen. Das Problem ist nur, selbst wenn wir den Eigentümer da drin finden und der die Schlüssel hat. Ähm. Warte kurz, können wir? Oh. Warte mal, der hier ist Greg? Ich dachte, wir sind Greg. Oh, die Frau war Greg's Girl, ne? Also seine Freundin. Sind wir der gleiche Typ? Ich weiß gar nicht, welchen Namen wir haben, ne? Ähm. Äh, siehst schon besser aus? Äh, was weiß ich schon? Mhm. Oh, er, es scheint, irgendwie scheint es ihm besser zu gehen. Mhm. Oh, oh, ich hab so ne Ahnung. Das ist vielleicht unsere ältere Ich-Version. So, also, ne? Melancholisch in die Gegend starren ist wohl nicht mehr so. Das ist die richtige Einstellung, mein Freund. Okay, er hat sich entschlossen, weiterzumachen. Ähm. Vielleicht können wir ihn ja doch noch auf den Trink einladen. Na? Achso, warte, hier war ja der Weg zurück. Entschuldigung. Hier ging's doch irgendwo. Ähm. Ging's hier nicht irgendwo raus? Sekunde. Da. Das hab ich grad nicht gesehen. Hm, okay. Dann gehen wir mal zurück. Und helfen dem Jungen mit seiner kleinen Katze. Mal, wenn's die Katze einer Hexe ist, ist das auch nicht so sehr beruhigend. Können wir mit dem eigentlich noch sprechen? Sir. In the morning. Ja. Entschuldigung. Ich bin ungeduldig. Ich möchte hier wieder weg. So, hallo Junge. Hier ist ein bisschen Milch. Hey Sir. Ich hab ein bisschen Milch. Können wir jetzt versuchen, die Katze rauszulocken? Oh boy. Yes. Let's do that, Sir. Oh boy. Sorry. So, der Erzähler spricht gerade nicht, deswegen mach ich das jetzt mal. Die Milch wird rausgenommen und in eine kleine Schale gegossen. Ähm. So, hast du schon einen Crack in the concrete? Achso, nee. Wird in eine kleine Mulde in der Betonplattform gegossen. Nach ein bisschen Zeit taucht das Kätzchen auf und tapst vorsichtig aus den Büschen hervor. Natürlich ist die Katze schwarz wie die Nacht und hat große grüne Augen. Ähm. Langsam, äh, kommt es nach vorne und fängt an zu trinken. Unser Held und das Kind sitzen dort still für eine Weile und beobachten, wie die kleine Katze am Trinken ist. Sie lässt die kleine Mulde halb leer oder halb voll. Ähm. Äh. Und dann kommt die Katze zu dem Kind und gibt ihm einen kleinen Kopfstupser und macht sich davon. Oh, wenn Katzen einem so einen Kopfstupser geben, dann weißt du, dass du es wirklich geschafft hast. So, hast du einen Namen für ihn? Oh, nein. Sir, du kennst einen guten Katnamen? Ja. Louis. What? What? Behemoth? Fenris? Was? Fenris? Fenris wäre cool, weil es ein Wolf ist eigentlich. What? Louis ist ein guter Katenname. Kann ich aus Erfahrung sagen. Äh, Fenris. Weil es einfach so paradox ist. Fenris? Yes. That's a good name. So, ich muss dich nochmal um einen Gefallen bitten. Some me? Um, I don't know. Na komm. Well, you did help me with the cat. Yes. But quick. That's a nasty place. Der Junge redet so erwachsen. Ich weiß nicht, geht euch das auch so, wenn kleine Kinder so diesen typischen starken britischen Akzent haben, dass es eigentlich total knuffig klingt. Aber irgendwie auch so viel zu erwachsen für so eine Kinderstimme. Na gut, warum ist der Junge so schnell und wir nicht? Das typische Phänomen, dass die NPCs entweder viel zu langsam oder viel zu schnell laufen, im Vergleich zur eigenen Laufgeschwindigkeit. Es ist jetzt auch in Point & Clicks angekommen. So, Greg steht da immer noch und guckt vor sich hin. Ich würde gerne wissen, was in dem Koffer ist, aber der Koffer ist quasi kein eigenes Klick-Objekt, sondern es ist nur er. So, der Junge ist da glaube ich schon durch. Oh, der hat es schon aufgemacht. Sehr gut. Dann gehen wir mal rein. Oh, oh. Es ist zappenduster, es ist ja dunkel und feucht. Ich sehe halt gar nichts. Okay, unterdrückte Schreie. Oh, okay. Das ist so sehr einleidend. Oh, 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 okay. Die Frau säuft und stinkt. Die alte Hexe. Ich bin der Verkäufer von Wonderbra. Ich glaube, sie braucht dringend einen. Und ein Cigar in der anderen, die in nichts, sondern ein Bikini und sich selbst in offensichtlich falsches Jewelry hat. Mein Gott, diese schrecklichen Künstler. Was machst du hier? Wie bist du in? Du bist nicht so auf mich. Was ist dein Nummer? Markus? Markus? Oh, ihre Stimme ist gut gemacht, ne? Oh, das war's schon. Oh, verdammt! Okay, das war cool. Krass, hätte ich nicht gedacht. Oh, guck mal, hier unten steht ganz klein. You saved Greg from self-harm. Wir haben Greg davor bewahrt, sich selber weh zu tun. Und wir haben... You did not meet old Hack. Ah, wir sind nicht ins Feld gekommen. Oh, man hätte in das Weizenfeld reingehen können. Verdammt! Vielleicht muss ich gleich nochmal spielen. Ja, ähm, das war die Kickstarter-Demo, die es gerade bei Steam runterzuladen gibt, von Grunt. Ähm, ich lasse euch alle Infos zur Kampagne unten. Wenn euch das gefallen hat, schaut da mal rum. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, die zu unterstützen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!